Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9952 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In der Natur gibt es viele Unterschiede zwischen Pflanzen und Tieren, von der Größe bis zur Lebensweise. Wir haben uns ganz klassisch kennengelernt. Online-Dating ist nicht unser Ding. Meine Mittagspause mache ich immer draußen, egal wie das Wetter ist. Ich trage eine Strickjacke, wenn es kalt ist. Meine Mittagspause mache ich immer draußen, egal wie das Wetter ist. Ich trage eine Strickjacke, wenn es kalt ist. Meine Mittagspause mache ich immer draußen, egal wie das Wetter ist. Ich trage eine Strickjacke, wenn es kalt ist. Ich will nicht aufstehen. Es ist Sonntag und noch viel zu früh. Lass mich schlafen. Was ist deine persönliche Motivation? Finde es heraus und lass sie dich zum Erfolg führen. Was ist deine persönliche Motivation? Finde es heraus und lass sie dich zum Erfolg führen. Ich habe mich für mein Tattoo entschieden, weil es eine besondere Bedeutung für mich hat. Ich habe mich für mein Tattoo entschieden, weil es mir sehr gefällt und es eine besondere Bedeutung für mich hat. Gurkenwasser hat einen angenehmen Geschmack, ist erfrischend und lässt sich schnell und einfach zubereiten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.